Pass auf, Robby. Es ist bekannt, dass einige Frauen während der Geburt einen Orgasmus haben. Ja, das heißt, das kleine Ding kommt gerade auf die Welt und schon die erste Mutter gefickt. Was? Auch wenn es seine eigene ist, oder? Hier an dieser Stelle das Alabama-Jingle. Okay, so, das war der Fick-Fact für die heutige Woche. Ja, kommen Sie doch bitte rein. Hi, Robby. Hi. Ja, das fängt gut an hier, ne? Also, entspannt. Und ey, wir müssen dazu sagen, wir nehmen sehr, sehr früh auf heute mal. 10.23 Uhr. Darf man auch mal für die Nachwelt festhalten? Haben wir noch nie gemacht. Wir sind beide arbeitslos und haben auch schon zwölf Bier in Tos. Ist ja auch schon auf halb elf fast. Ja, ja. Da kann man der Leber mal einen mitgeben. Geil. Nee, mir geht's gut. Wie geht's dir, Brudi? Mir geht's auch gut. Und meine Nase ist dicht, wie gefühlt schon seit Januar, Anfang des Jahres. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hab letztens gelesen, es sind irgendwie so Riesenpollen unterwegs. Und da ich direkt neben einer Baustelle wohne, ist meine aktuelle Verschwörungstheorie, dass Riesenpollen unterwegs sind, um den nächstbesten Baum zu befruchten. Und parallel dazu paaren die sich mit Staub von der Baustelle. Und das alles denkt sich, geil, scheiß mal auf einen Baum befruchten. Wir gehen bei Tommy in die Nase. Und deswegen ist meine Nase komplett dicht die ganze Zeit. Aber ansonsten geht's mir gut. Ein bisschen müde, aber ja. Ist auch in Ordnung. Aber das mit der Nase, das ist ja ein generelles Problem bei dir, ne? Ja, eigentlich ja gar nicht. Das ist halt dieses Jahr extrem. Aber bei meiner Freundin genau das Gleiche. Die ist auch, seit Januar ist auch ihre Nase komplett fertig. Und das Ding ist halt auch so, das ist halt so, keine Ahnung, weißt du, wenn du so morgens gehst du so mit dem Finger in die Nase und ziehst da erstmal so eine Betonschicht raus, weißt du? Wie, als würdest du gerade so tiefschürfen, so Minecraft, weißt du, auf der Suche nach Diamanten. Da holst du wirklich so richtig ekelhafte Knumpel raus. Da denk ich mir auch so, ey, das ist irgendwie nicht ganz so gesund. Aber ja, keine Ahnung, was das für eine Scheiße ist. Vielleicht einfach, weil ich zu wenig Sport mache und meine Nase sich denkt so, nee, ich streike jetzt, ich mache hier gar nichts mehr. Von daher, ja, keine Ahnung. Wir müssen die Strolchen halt damit leben, dass ich immer mal wieder so ein bisschen die Nase hochziehe. Vielleicht bin ich ja auch gerade am Koksen, wer weiß. Spoiler, nee, bin ich nicht. Das kriegen die hin. Wer weiß. Wir haben nie gekokst und nicht vor. Und ich hoffe, keiner von den Strolchen da draußen kommt auf solche Ideen, sich so was durch die Nase zu ballern, weil es ist nicht gut. Dieser Podcast ist ja jetzt auch offiziell in der Kategorie Health and Fitness. Weil, ihr müsst dazu wissen, wir liefen ja die ganze Zeit unter Kultur und Gesellschaft oder sowas. Damals, als wir den Podcast erstellt haben bei damals noch Enka.fm, gab es halt nur sechs Kategorien zur Auswahl so. Und die Kategorie, wo dieser Podcast am ehesten hinpasste, war halt irgendwie Gesellschaft und Kultur, weil es war eigentlich nicht ausgelegt, dass das ein Comedy-Ding wird. Das ist ja irgendwie so im Laufe der Zeit irgendwie entstanden. Aber ursprünglich war halt ja wirklich ganz ernst einfach nur auf alle eure Fragen antworten. Und jetzt antworten wir immer noch ernst auf eure Fragen, aber erzählen dabei noch ziemlich viel Scheiße, die scheinbar unterhaltsam ist. Weil auch wenn wir jetzt schon wieder eine längere Pause hatten aus Versehen, hören uns immer noch relativ viele Leute, ich glaube immer noch fast 2000 Leute am Tag, da denkst du dir so, boah, ist ziemlich geil. Also Shoutout an jeden, der da draußen hört und an jeden, der uns über Telonym Fragen zukommen lässt. Wir lieben euch. Nee, und ich hatte jetzt gestern mal nachgeschaut, wie es denn da so aussieht auf der neuen Spotify-Podcast-Seite. Und da haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, viel weiter in verschiedene Kategorien reinzugehen. Und ich dachte, wir reden ja auch viel über Gesundheit, vor allem auch hier mentale Gesundheit und so weiter. Deswegen, ich finde, bei Fitness und Health sind wir ganz gut angelegt. Finde ich auch. Ist auch passender. Und wenn ich nochmal überschweifen darf direkt, wir wollen auch wieder, und das haben wir uns vorgenommen, die Sprechstunde etwas öfter bringen. Also ohne großartige Pausen. Ich wollte gerade sagen, das sagen wir eigentlich bei jeder Folge, die wir nach zwei Monaten releasen. Aber wir haben jetzt wirklich einen Plan. Wir haben gesagt, wir nehmen von jetzt an immer jeden Dienstagabends die neuen Folgen auf. Die werden dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer so, aber immerhin besser kurz als gar nicht. Sag ich immer, ne? Sagen auch die Mädels, die mit mir verkehren. Das höre ich täglich, ja. Das hast du schon öfter gehört quasi. Grüße an deine Mom. Wie bitte? Täglich. Ja gut, ich würde... Ja, ja, geil. Hey, Mami. Ja, hat sein Ginger-Dings. Gut. Nee, dann fackeln wir auch nicht lange. Ich denke, es ist alles gesagt, was wir hätten sagen. Ja, wir reden ja auch. Das ganze Vorspiel dauert schon wieder vier Minuten, bevor wir hier zum Höhepunkt kommen. Ne? Deswegen, komm. Ich würde sagen, wir hören auf zu reden und wir öffnen die Tore weit für eure Probleme. Herein, bitte. Hallo Tommy und Robby. Mein Problem ist, dass ich Menschen einfach hasse. Ich will Sachen mit Freunden machen, aber sobald sie anfangen zu reden, bekomme ich Aggressionen. Ich liebe eure Podcasts und wünsche euch noch einen schönen Tag. Kennt man irgendwie das Ding, oder? Boah, so generell nicht. Also ich kenne das, wenn ich so abends, also zum Beispiel dienstags arbeite ich von 8 bis 18 Uhr. So, ne? Da bist du zehn Stunden auf dem Damm. Und irgendwann hast du halt einfach... Ich komme nach Hause und ich habe einfach keinen Bock mehr auf Menschen. Deswegen ist es eigentlich perfekt, dass wir dann abends noch einen Podcast aufnehmen. Weil wahrscheinlich bin ich da komplett so im Kopf durch, dass ich noch wirrere Scheiße rede als sonst. Also das wird ganz, ganz wild. Aber nee, also ich kenne das halt so. Wenn ich den ganzen Tag halt mit Menschen gesprochen habe, ganze Zeit Termine, Calls, keine Ahnung. Dann kommst du nach Hause und denkst dir so, oh bitte, so zu meiner Freundin so, ey, ich habe echt keinen Bock mehr mit jemandem zu reden. Ich will jetzt hier eine Pizza essen. Ich will mir einen Film angucken, der nicht anspruchsvoll ist. Wirklich nur so richtig seichte, dumme Unterhaltung. So ein Actionfilm oder so. Und dann lass mich einfach mal so ein, zwei Stunden da sitzen und Revue passieren, warum genau ich mich eigentlich dazu entschieden habe, aus der Selbstständigkeit auszubrechen. und wieder in ein geregeltes Arbeitsleben einzusteigen. Nee, aber ja. Nee, also ich kann dem Brodi, der Brodine, ich kenne das, ich kenne das Gefühl. Aber es ist auch eher wie bei dir. Nach einem harten Arbeitstag, hart kann man definieren, wie man möchte, dann habe ich da auch nicht mehr so Bock irgendwie oder die Intention, mich mit Menschen zu unterhalten. schon gar nicht irgendwelche langen Konversationen oder irgendwelche Diskussionen, sondern da will ich schon einfach mal eine Ruhe haben. Er beschreibt das hier ein bisschen anders. Er will irgendwas unternehmen und dann hat er plötzlich keinen Bock mehr aufgenommen. Ich weiß jetzt, das ist halt ein anderes Thema. Ich weiß jetzt halt nicht, wo genau man da ansetzen könnte, weil das klingt ja so, als hätte der gute Mann irgendwelche schwerwiegenden Probleme, die er auf jeden Fall mal mit dem Onkel Doktor besprechen sollte. Also ich meine, wenn man wirklich Sachen mit Freunden machen will, aber dann halt sauer wird, wenn die anfangen zu reden. Ich weiß jetzt nicht, welche Diagnose man da stellen kann. Aber auch so eine Aussage wie generelles, ich hasse Menschen einfach, ist ja jetzt auch nicht so eine schöne Aussage. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man sagt, es gibt Menschen, die gehen mir echt auf den Sack oder beziehungsweise besser, deren Verhaltensweisen nerven mich. Ja, das kenne ich sehr gut. Allein wenn ich Auto fahre, da bin ich am Fluchen wie so ein kleiner Rohrspatz auf dem Gartenzaun. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass ich Menschen hasse. Aber natürlich, es gibt auch Menschen, wenn die den Mund aufmachen, die haben dann einfach eine Stimmlage, die mich so unglaublich nervt. Oder wir hatten in meinem Bekanntenkreis, hatten wir eine gute Dame, die hat keinen Sarkasmus verstanden. Weißt du? Und ich bin ein sehr sarkastischer Mensch. Und dann, wenn ich irgendeine sarkastische Aussage glaube, wirklich? In so einer hohen Stimmlage, da hätte ich auch jedes Mal die Hexenverbrennung wiederbeleben können. Also, es gibt Menschen, die triggern mich per se, aber das ist dann auch relativ einfach, mit denen mache ich dann nichts mehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, mit allen meinen Freunden was zu machen. Also, wenn das wirklich so der Fall ist, dann würde ich dem guten Mann einfach mal den Rat geben, versuch mal herauszufinden, woran es liegen könnte, dass die Leute dich triggern. Es gibt ja manche Menschen, die haben zum Beispiel eine ziemlich beschissene Weltanschauung. So, wenn die dann den ganzen Tag sich über irgendwelche Sachen beschweren, wo du denkst, Alter, was ist denn falsch mit dir? So, dann ist da vielleicht die, oder wäre vielleicht die Möglichkeit, sich einfach mal anzuschauen, beziehungsweise besser umzuschauen, nach einem neuen Freundeskreis, oder nach neuen Bekanntschaften. Und wenn du sagst, ey, es triggert mich aber einfach, wenn Menschen sprechen, dann könntest du ja mal bei den stummen Menschen vorbeischauen, die nicht reden können. Und dann, wenn sie dir auf den Sack gehen, weil sie Zeichensprache machen, dann machst du einfach die Augen zu. Das war nur ein Spaß. Das muss ich an dieser Stelle immer erwähnen. Ja, ja, man muss es erwähnen. Nee, also für mich klingt es einfach so, als solltest du wirklich mal einen Arzt kontaktieren, weil, ich meine, der Wille ist ja da, dass du irgendwas machen möchtest, aber du hast scheinbar irgendein Problem, was ich dir jetzt so auch nicht benennen kann, weil aus drei Zeilen werde ich da einfach nicht schlau draus, was sich einfach daran hindert, ja, mit Menschen weitergehend was zu unternehmen. Deswegen würde ich da sagen, geh mal zum Doktor, klär das mit ihm und vielleicht weiß der ja irgendetwas, woran das liegen könnte. Also die eine Sache, keine Lust zu haben, etwas zu unternehmen, ist eins halt, aber er sagt ja, er bekommt Aggressionen. Das ist ja schon, das ist ja schon ein Thema, das muss man halt mal ansprechen auf jeden Fall. Und da würde ich halt auch sagen, ey, such den Experten und öffne dich einmal, ne, um zu schauen, ob man den Triggerpunkt halt finden kann. Was genau macht dich aggressiv, wenn du plötzlich die Möglichkeit hast, was zu unternehmen? Da muss es ja irgendwas geben, was das auslöst. Gibt es Sachen, die dich aggressiv machen, wenn du mit Menschen redest? Ja, wenn ich in einer Diskussion bin und der Gegenüber, der hat ja seine eigene Meinung, das ist ja völlig fein, aber der weiß immer alles besser. Da klinke ich mich aus, Alter, das weiß nicht, da kriege ich richtig einen am Rappen. Ich habe das, wenn Menschen schmatzen. Ich hatte, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ich hatte in meinem ehemaligen Studium, da hatte ich einen Professor, der war immer, der war immer, warte, ich musste jetzt mal kurz meinen Popschutz vom Mikro abziehen, damit ihr das nachempfinden könnt. Der war immer so nah am Mikro und hat dann geredet. Ekelhaft, Alter. Wir hatten so eine sehr schlechte Anlage in der Universität, so ein richtiges Billig, 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 Gammel-Mikro, was er da hatte und dann stand er genau so davor und hat nach jedem Satz geschmatzt, weil seine Zunge so unglaublich trocken war, dass sie immer an seinen Gaumen festklebte und das über 90 Minuten. Da, Alter, da war ich aber. Ey, ganz scheiße. Du konzentrierst dich ja nur noch auf den schwarzen Alter. Ey, du konntest dich auch gar nicht. Das Geilste war, der hatte so zwei Helfer, weißt du, die Studenten, die prostituieren sich immer so ein bisschen für so ein paar Euro dann so als Helfer vom Dozenten. Ja, das war jetzt überspitzt, natürlich nicht prostituieren, aber die helfen ihm dann und das war halt lustig, weil die sahen ganz genau gleich aus. Das waren zwei Glatzköpfe mit so einem mit so einem Ned Flanders-Schneuzer und die standen links und rechts von dem Mann und der stand da vorne und schmatzte da so ins Mikrofon und die beiden stehen da einfach nur mit so einer Steinmine. Das war schon fast wie, keine Ahnung, ey, in so einem Film der Bösewicht, weißt du? Also, das war wild und ey, ich bin da dreimal hin und da hab ich gesagt, ich geh da nicht mehr in diese Vorlesung. Ich kann das nicht mit mir fühle ich komplett. Hab ich aber auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich so eine Abneigung gegen Leute habe, die schmatzen, aber es geht gar nicht. Auch ganz schlimm finde ich es, wenn mir Leute beim Essen gegenüber sitzen und die haben nicht gelernt, mit geschlossenen Mund zu essen. Meine Oma ist so eine Person und meine Oma, die meinte dann immer, ja, aber wenn man schmatzt, dann schmeckt es besser und du sitzt gegenüber und ich konnte nicht essen, weil ich das so ekelhaft fand und dann kann ich gar nicht, mag ich nicht. Deswegen, ich hatte ja auch, glaube ich, mal so ein Video gemacht, Menschen ohne Essmanieren, ich hasse euch oder irgendwie sowas, wo ich da auch vorgeschlagen habe, dass man Menschen, die nicht dazu in der Lage sind, richtig zu essen, einfach mal so ein Gesichtsletzchen umzieht, weißt du? So ein Vorhang mit so einer Gardine, dass man sich das nicht anschauen muss, weil ich kann das einfach nicht. Also, da kriege ich zu viel. So, das ist mein Triggerpunkt. Ja, aber das geht ja dann auch in die Richtung, wenn ich jetzt mal auf YouTube irgendwie durchscrolle, ab und zu schaffst du, Algorithmus, dir dann auch irgendwie so ein scheiß ASMR-Video vorzuschlagen, da kriege ich ja auch die absolute Krise. Also, ASMR ist ja eh so, die Hälfte der Menschen mögen das, die andere Hälfte nicht. Ja, genau. Meine Freundin hört das immer super gern zum Einschlafen, aber die hat dann diese ASMR-Dinger, wo Leute auf irgendwas rumklopfen, so, weißt du? Ja, okay, wo du dir denkst, okay, ja, das geht irgendwo noch so ein bisschen, aber wenn die dann zwischendurch immer auf die Idee kommen, dass das irgendjemand interessieren würde, was sie dabei reden, dann, and now we're going to, njalalala, und dann schmatzen die auch schon wieder und flüstern, flüstern und schmatzen, ist so eine Kombination, die kriege ich auch, da stellt sich alles auf bei mir, das hasse ich auch und deswegen ASMR kann ich gar nicht, außer, es gibt Tier-ASMR, so ASMR-Videos von Häschen, die dann irgendwie so Salatblätter knuspern oder so, Ich dachte, die da ein bisschen rumpoppen. Hab ich noch nicht gehört, gibt es aber, soweit ich weiß auch, es gibt ja eine ganze, eine ganze Erwachsenenbranche, wo du einfach nur Sounds hast, weißt du, damit die Leute sich die Videos nicht mehr angucken, aber die hören das dann im Hintergrund so. Ja, weiß ich jetzt nicht, also, bräuchte ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. also mir reichen auch die Minecraft-Figuren, aber, ey, jeden seinen Ding, Alter, Minecraft-Steve, wenn ich an den denke, da geht es direkt runter, da wird der Diamant abgebaut. Da lässt er auch ein paar Kästchen aus. Nee, haben wir abgearbeitet hier. Ja, wir sind schon wieder ganz komisch abgeschwiffen zu unseren eigenen Problemen, ist ja immer so. Eure Probleme stoßen unsere nur an, ihr seid so die Bowling-Kugel und wir sind dann die Kegel da hinten. Richtig. Ja, ist aber auch wild. Und oft wird gestrikt halt, aber ist ja egal passiert. Okay. Dann würde ich sagen, wer schickt eine gute Mama da draußen, der soll mal beim Onkel Doktor anklopfen, was da falsch ist und wir beschäftigen uns mit dem Nächsten. Und das war ein Text, aus dem ich nicht ganz schlau geworden bin, aber ich bin mal gespannt, ob du damit was anfangen kannst. Okay, pass auf. Okay. Der Nächste, bitte. Hey, ihr mit Sahne gefüllten Säcke, ich männlich, wollte euch beim Zugfahren hören und plötzlich kam der Kontrolleur und ich hatte meine Kopfhörer rausgemacht und plötzlich sagt ich, wie jemand Staubsauger fickt und dann wurde ich rausgeschmissen, weil ich meine Fahrkarte vergessen habe und immer, wenn ich dran denke, wie jemand einen Staubsauger fickt, denke ich dran, dass ich einen Tag lang zu Fuß nach Hause laufen musste. Sorry für so viel Text, eure Sahne puste. Also ich glaube, er wollte damit sagen, er hat die Kopfhörer rausgezogen und wir haben gerade über das Staubsauger begatten gesprochen und das hat der Kontrolleur gehört, aber er hatte im Endeffekt keine Fahrkarte, ist rausgeflogen und jetzt immer, wenn er darüber hören muss, wie jemand seinen Staubsauger einreitet, dann muss er daran denken, dass er so lange mit ihm zu Fuß nach Hause laufen muss. Dann ist das die Verknüpfung zum Nachhause laufen. Aber immerhin besser, das steht immer vor, jedes Mal, wenn jetzt jemand anfängt, Staub zu saugen, wird er daran erinnert, dass er zu Fuß nach Hause laufen muss so lange. Und dass er dann eine Abneigung gegen Staubsauger entwickelt, so eine Staubsaugerphobie. Ja, also das geht auch nicht. Saugophobie. Saugophobie. Gibt es das Wort? Es gibt doch jede Phobie. Gibt es schon eine Angst vor Staubsaugern? Bestimmt. Angst vor Staubsaugern. Fachbegriff direkt dahinter. Oha, das gibt es sogar bei Kleinkindern. Okay. Das macht aber Sinn. Aber auch so Haustiere und so haben ja super Angst vor Staubsaugern. Haustiere haben das, ja, ja, genau, genau. Wenn ich ab und an mal irgendwie die Möglichkeit bekomme, auf die Katzen von meinem Nachbarn aufzupassen, dann die sind auch ganz, ganz wild, wenn der Staubsauger angeht. Nicht nur die Tiere sind dann ganz wild, wenn der Staubsauger angeht. Da reitet der Robi auch mal. Oh, das ist ein helles Loch hier. das stört dann. Oh, schön absaugen. Glaubst du, es ist wirklich so weit verbreitet, dass Leute ihren Staubsauger ficken? Weil ich habe das halt so als Meme schon super oft gehört. Aber ich glaube, ich wäre an keinem Punkt in meinem Leben, würde ich an dem Punkt ankommen, wo ich wirklich den Staubsauger, wo ich den Peter Mann mache. Weißt du? Ich glaube, das ist schon ein gut gestreutes Thema. Aber viele reden halt nicht darüber. Glaubst du, es wurde jemals schon mal ein Zuhörer von uns jetzt dazu animiert, alleine, weil wir das Thema angesprochen haben? Ja, ganz sicher. Oh, ganz sicher. Papa, sind ich da? Dann mache ich mal hier vorne den Schlauch ab und dann wird man ordentlich in die Einsaugöffnung reingenutzt. Peter hat mich aber inspiriert. Mensch, älter nicht da, jetzt aber mal an die Kiste. Nur bitte immer dran denken, also erstmal, ich übernehme keine Haftung, wenn ihr euren Staubsauger bumst. Aber wenn ihr hier so einen habt von, wie heißt die Marke nochmal? Hier Morbus Kobold. Wie hieß sie? Heißt die Marke nochmal? Keine Ahnung, ich bin da raus. Es gibt diese Staubsauger hier, die haben dann direkt dahinter der Ansaugöffnung haben sie so einen lustigen Häcksler, der das ganze Zeug nochmal ein bisschen kleinschreddert. Wenn ihr da euren Pillemann reinhaltet, dann habt ihr ein Riesenproblem. Dann habt ihr nämlich eine gepratzte Cabernossi. Von daher, schaut euch die Staubsauger vorher bitte gut an und am besten macht ihr es gar nicht, weil da können sich dann auch Bakterien einfach mal bei euch reinschleusen oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, fällt es ab. Da fällt der einfach ab. Zack. Da gehst du pissen, holst du den Lillemann raus und dann fällt er einfach ins Klo. Ich hatte als Kind, das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, da hatte ich immer panische Angst, dass du die Eichel vorne vom Penis ins Klo fallen könntest, wenn man die zu weit rausholt. Ja. Ich habe ähnliche Situationen durchgemacht als kleiner Bogen. Aber stell dir mal vor, das wäre Wirklichkeit, es gäbe eine Krankheit und wenn du die Vorhaut zurückziehst, dann fällt einfach die Eichel ab. Ja, wilde Vorstellung. Okay, aber zum Gucken. Ja, aber es ist ja auch eine nette Geschichte hier, aber das ist... Ja, kann man nicht weiter so zu sagen. Die Moral von der Geschichte fahrt immer mit gültiger Fahrkarte, mit einem gültigen Fahrschein. Das ist richtig. Nicht schwarzfahren. Richtig. Wobei schwarzfahren soll ja demnächst irgendwann kein Strafdelikt mehr sein, sondern nur noch Ordnungswidrigkeit. Das heißt, man kann da nicht, wenn man es zu oft macht, verknackt werden, habe ich gehört. Ja, gut, aber... Aber das ist auch so eine Sache, das kann ich nicht. Ich bin da so alman, haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ich kann das nicht. Wenn ich ohne Fahrkarte mit einem Bus oder mit einem Zug fahre oder so, ich habe die ganze Zeit so einen richtigen Verfolgungswahn. So, fuck, ich mache irgendwas illegal. Ich wäre der schlechteste Gangster, den du finden kannst. Ich kann sowas einfach. Ich bin zu alman erzogen dafür. Ich kann auch, wenn ich mitten in der Nacht an einer Ampel stehe, Alter, und die ist rot, kein Auto weit und breit. Ich warte da, wie so ein Lemming. Ich bin so konditioniert darauf, nicht das Gesetz zu brechen. Das ist verrückt. Gut, da bin ich aber schon, da bin ich Rebell. Also Ampel, wenn kein Auto kommt, ist dunkel, ist gerade rot. Junge, dann gehe ich da drüber. Oha, und dann kommt die Polizei. Ja, dann kannst du mal dann 10 Euro bezahlen. Können ja kommen, das ist ja dann in Ordnung. Da habe ich Scheiße gebaut. So, dann stehe ich auch dazu. Aber beim Bahnfahren, Zugfahren, Busfahren, ich fühle das. Da gab es auch schon mal Situationen, wo ich dann vom Kumpel, wo wir in der Küche bei ihm trainiert haben, da auch wieder nach Hause musste irgendwann. Da habe ich dann auch mal keine Karte geholt, weil es ja nur zwei Stationen sind. Und da habe ich mir auch eigentlich stabil eingekackert. Du hast halt immer, immer was im Nacken gefehlt. Ich sage es dir, das ist, weil ich als Kind aufgewachsen bin, hier mit den ganzen Geschichten vom Däumling und so, weißt du? Und da war es bestimmt in der heutigen, müsste man mal aktualisieren. Dann kommt die aktuelle Version, da kommt der Schaffner rein mit so einer riesen Schere. Und wenn du keine Fahrkarte hast oder mit so einem riesen Kontrollgerät, weißt du? Und da kommt der an und dann tackert der einmal durch dich durch. Du machst einmal so ein Loch, so. Weißt du, da ist die, oder schneidet hier die Hand ab. Jetzt wird es creepy, ey. Aber hast du auch, bist du auch mit den Geschichten aufgewachsen hier? Ja, bin ich. Wie hieß nochmal der Strolz, der die geschrieben hat? Der hat ja auch Max und Moritz und so weiter geschrieben. Ich habe die, ich habe die geliebt. Ah, Wilhelm Busch, der Bruder war das. Busch, der ist es. Wilhelm, der Busch. Ja, meine Freundin ist ein riesen Fan von den Geschichten und die hört es auch heute immer noch. So als Hörspiel gibt es die auf Spotify und so. Und die hört das richtig gerne. So denkst du, okay, Alter, das war schon abgefragt. Aber die sind schon hart creepy und abgefragt. Ja, vor allem am Ende. So, ne? Die wurden ja irgendwie am Ende, erst mal wurden die zu Brot gebacken, aber dann kamen die da raus oder so, ne? Und dann haben die sich wieder befreit und dann wurden die ja am Ende einfach in so eine Mühle reingeworfen und zerrieben. Was ist das für eine Kindergeschichte? So, die spielen ein paar harmlose Streichel. Gut, die haben da irgendwie einen Hund gekillt oder irgendwie sowas so. Aber die Kinder haben was Schlimmes gemacht. Was machen wir denn? Ja, guck mal hier, erst mal schmeißen wir die ins Mehl und backen die zu Brot. Da haben sie aber überlebt. Ja, komm, dann nehmen wir die und schmeißen sie einfach in die Mühle und zerreiben sie. So, what the fuck? Ja, kann man eigentlich auch, gibt's wahrscheinlich, bin ich nicht auf dem Laufenden, geile Horrorfilme machen. Auf jeden. So Max und Moritz als Horrorfilm, wer will das? Ja, ja. Das wär schon sick. Max, aber gut. Wir schweifen ab, mein Lieber. Es gibt, es gab 2005 einen Film, der hieß Max und Moritz Reloaded. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein Horrorfilm ist. Der hat aber auch nur einen Stern bekommen. Ja, gut, dann ist das Trash halt, ne? Ja, wahrscheinlich. Das Cover, da ist irgendwas mit dem Panzer oder so. Ja, ja. Max und Moritz im Panzer, Alter, jetzt klingelt's. Okay. Holen wir mal den nächsten Strolsch ran, wa? Machen wir, machen wir das. Der Nächste, bitte. Servus, Tommy und Robby. Ich, männlich 16, habe ein Problem. Ich habe eine starke Sucht nach Snooze. Das haben wir ja schon geklärt im anderen Podcast. Ja, das haben wir gestern geklärt. Da könnt ihr am Sonntag mal bei Osua reinhören. Da kriegt ihr auch ein paar Gesundheitsupdates zu uns beiden. Beziehungsweise besser auch zu Robby vor allem. Könnt ihr sehr gerne mal reinhören. Und da haben wir auch uns schon mit Snus beschäftigt. Genau. Das Tabakzeug zum Unter-die-Lippe-Klemmen. Ich haue mir aktuell einen Dosen am Tag. Schon nach einer Stunde ohne Snus spüre ich den Nikotinentzug. Mittlerweile kann ich nicht mehr ohne das Zeug einschlafen. Ich habe schon öfter probiert aufzuhören. Das Problem ist nur, dass viele von meinen Freunden snoozen und die anderen Lehrlinge auch snoozen und mir der Stoff immer wieder angeboten wird. Habt ihr Tipps für mich, um mit dem Scheiß aufzuhören? Liebe Grüße, ein Fan seit Folge 1. Okay, also Snooze, unter die Lippe klemmen. Wir hatten das gestern nachgelesen als Kautabak. Kautabak, genau. Kann auch sein, dass man sich das dann oben und unten unter die Lippe klemmt und dadurch dann der Tabak in den Körper kommt. Ist halt genauso ungesund wie Rauchen und so weiter, gehe ich mir stark davon aus. Wahrscheinlich fickt es nicht deine Lunge, aber kannst bestimmt safe auch irgendwie Krebs davon kriegen, oder? Also ja, generell, alle Tabakerzeugnisse, also Nikotin ist ja im Endeffekt, haben das ja auch Pflanzen entwickelt, um sich gegen Fressfeinde zu wehren. Also von daher ist das einfach nichts Gesundes, was man sich reinballern sollte. Aber okay, der gute Mann hat auf jeden Fall eine Sucht dazu entwickelt, sich das Tabakzeug unter die Lippe zu klemmen. Also meine erste Überlegung, wie du davon wegkommen könntest, wäre zum Beispiel, indem du versuchst, dass dein Mund einfach mal für ein paar Wochen immer beschäftigt ist. Ja, das heißt, keine Ahnung, hol dir irgendwie Kaugummis, zum Beispiel diese Big Red Kaugummis oder sowas, weil die haben ja, glaube ich, relativ lange Geschmack. Das sind ja diese Zimtdinger, diese Schafen. Und wenn du halt immer was im Mund hast, dann hast du einfach nicht die Möglichkeit, dir jetzt noch irgendwie Kautabak reinzuballern oder sowas. Von daher wäre das ja vielleicht mal so eine Möglichkeit, dass du immer versuchst, irgendwas im Mund zu haben. Oder irgendwie, wenn dir jemand das anbietet, dann sagst du, nee, und steckst dir stattdessen irgendwie ein Fisherman's Friend oder irgendwie sowas in den Mund. Irgendwas, was so stark, ja, keine Ahnung, so ein bisschen schärflich ist, Menthol oder sowas, dass du dann dich einfach damit einfach ablängst, während die anderen da sich Tabak in die Lippe klemmen. Und ich glaube, das muss man dann einfach mal über einen längeren Zeitraum sich wirklich dazu zwingen, dem Nikotinteufel abzusagen. Wäre. So eine Sache, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, das mache ich zum Beispiel immer mal wieder, wenn ich merke, okay, ey, du frisst den ganzen Tag irgendwie Süßigkeiten. So, dann male ich mir mit Edding so einen kleinen Punkt auf die Hand. Weißt du, und dann immer, wenn ich irgendwo reingreifen will, dann sehe ich den Punkt und erinnere mich daran, nee, Alter, das wolltest du lassen. Ne, und ich meine, das Tabakzeug, wenn du dann da reingreifen willst, so, dann malst du dir halt auch einfach auf die Hand so einen kleinen Punkt jeden Morgen. Und dann erinnerst du dich dran, nee, ich wollte das nicht machen und holst dir dann stattdessen irgendwie ein Kaubonbon oder Fisherman's Friend, Kaugummi, keine Ahnung was. Und sagst, nee, danke, ich habe schon den Mund voll. Ne, das wäre jetzt so meine Alternative. Ich habe aber auch noch nie probiert, mit dem Rauchen oder irgendwie sowas aufzuhören, weil ich einfach nie angefangen habe, weil immer, wenn ich mal so eine Zigarette irgendwie im Jugendalter auf einer Party geraucht habe, dachte ich mir danach so, Alter, ich habe jetzt diesen scheiß Geschmack im Mund, ich stinke, ich finde das superreudig. Also, das war gar nicht meine Welt. Ne, ich hatte letztens, hatten wir uns mal mit einem Kumpel verabredet, haben mal gesagt, ey, wir haben schon seit Ewigkeit keinen Shisha mehr geraucht. Anfang vom Studium habe ich relativ oft gerne mal so Shisha geraucht, nicht weil ich irgendwie süchtig war, sondern einfach, weil es... Ja, weiß nicht, ich fand dieses Benebelheitsgefühl ganz lustig und das hat auch geschmeckt und dann, ich habe es geliebt, Ringe damit zu pusten und so. Dann haben wir letztens mal gesagt, komm, das haben wir irgendwie schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, sondern wir lassen es nur einmal probieren. Und dann habe ich da ein paar Mal gezogen und habe gemerkt, hey, das feierst du gar nicht mehr, ne? In deinem Mund, ich hatte den ganzen Abend so einen scheiß Geschmack im Mund und so. Ne, also da bin ich jetzt mit dem Thema bin ich komplett durch. Ja, aber ich bin auch, glaube ich, nicht anfällig für so Süchte. Okay. Gut, dann kann ich ja ein bisschen mehr plaudern zu dem Thema, da ich ein Suchtkunde bin und auch schwer davon wegkomme. Ist aber dem geschuldet, dass wenn du dir gerade, wenn es um Nikotin geht, dann verbindest du immer Situationen mit dem Scheiß, ne? Wenn du aufhören möchtest, dann musst du dir immer aktiv vor Augen halten, dass du dich an Situationen gewöhnst, wie zum Beispiel, ich muss nach dem Essen eine rauchen. Das Gehirn schaltet automatisch um, wenn du aufgegessen hast, du brauchst jetzt eine Zigarette, das sagt dein Gehirn dir einfach. Dann greifst du halt direkt zur Schachtel, knallst dir eine an und denkst, ey, das ist eigentlich ganz geil. Okay. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht geil, weil die Stoffe, die du da reinziehst, sind ja absolut ekelhaft und schädlich für dich. Und das hat man bei der ersten, zweiten und dritten Zigarette gemerkt. Man hat sich tot gehustet und der Körper hat gleich gesagt so, ey, hör auf damit, das ist überhaupt nicht gut für mich. Mach das bitte nicht. Und irgendwann ist es halt so in deinem Körper, dass das einfach übertönt wird. Du hast nicht mehr dieses Gefühl, dass es dir nicht gut tut, sondern du hast die Situation, an die du dich gewöhnt hast, wie zum Beispiel nach dem Essen. Ich brauche das jetzt, weil deine, ich weiß nicht, wie man, keine Ahnung, die Sensoren, die eigentlich sagen, das ist nicht gut, übertönen einfach. Die sind einfach viel lauter als die anderen, die schreien, das ist nicht gut. Und das ist die Falle bei dieser Sucht. Und deswegen musst du, wenn du aufhören möchtest, und ich habe ja auch schon mal über anderthalbare nicht geraucht, da musste ich halt komplett alles umkrempeln. Beim Zocken habe ich geraucht, ich habe beim Musikmachen geraucht, ich habe nach dem Essen immer geraucht, wenn ich mit Kumpels unterwegs war, immer geraucht. Immer die Situation vermieden, wo ich mir hätte eine angesteckt. Essen kannst du nicht vermeiden, logischerweise nicht. Aber wenn ich mir aktiv vor Augen halte, nach dem Essen rauchst du jetzt keine und das machst du dann auch einfach nicht. Und da musst du dann halt auch stark sein und das wollen, dann ging das tatsächlich. Aber wäre es dann vielleicht auch möglich, wenn man sich einfach quasi dann antrainiert, ein anderes Ritual, sage ich mal. Weißt du, dass du sagst, okay, nach dem Essen. Ein Kaugummi essen. Wie genau, ein Kaugummi oder ganz viele Leute ballern sich ja ein Espresso dann oder so. Du musst dein Gehirn austricksen. Ja, genau. Du musst dein Gehirn halt austricksen und die Situation, die du eigentlich mit Rauchen verbindest, da musst du was anderes für machen. Ja, das geht. Oder du lässt die Situation, aber wie gesagt, Essen kannst du nicht vermeiden. Ich weiß noch einmal, da hatte ich eine Frau im Bus gehabt, die hat Salzstangen gegessen. Und da hast du gemerkt, die versuchte sich halt auch das Rauchen abzugewinnen, weil die hat immer die Salzstangen raus, hat abgebissen und hat die so getan, als würde die die abaschen. Fand ich auch wild. Ja, es ist creepy und weird, aber jeder hat so sein Ritual, wie er das über die Bühne bekommt. Genau. Das ist ja nicht schlimm. Das ist einfach nur der wichtigste Weg, dass ihr einfach versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Weil ich habe Leute gesehen, die sind an Lungenkrebs verendet und das ist kein schöner Tod und das wünscht man niemandem. Und euch und eurem Körper einfach den Gefallen versucht, davon wegzukommen. So, wenn ihr das jetzt hört, das ist jetzt euer Wake-up-Call. Jetzt nehmt ihr eure Kippenschachtel, pisst da drauf und schmeißt das Ding weg. Richtig. In der Reihenfolge. Ich pisse jetzt nicht in meine Bude, aber... Versucht euch eine andere, versucht euch abzulenken und ein anderes Ding. Alleine, wenn ihr überlegt, du bist ja aktueller im Game, was kostet so eine Schachtel Kippen? Also 10 aufwärts, ne? Ja. Guck mal. Wenn du halt ein bisschen was rauchst am Tag. So 10 Euro, damit könntet ihr euch irgendwas Schöneres kaufen. Ey, äh... Liebe. Am Tag, sag ich mal, rauche ich so Pi mal Daumen 8 Euro weg. Ja. Und wenn ich dann eine Woche sparen würde, hätte ich einen Puffbesuch halt, ne? Ja. Auch wenn ich nicht mehr einen Puff möchte, aber ich hätte einen Puffbesuch. Oder, keine Ahnung, ich könnte mit einem Freund cool Eis essen gehen. Ist ja quasi das Gleiche. Du weißt, das muss man sich aber... Du weißt, das muss man sich aber... Das muss man sich aber aktiv... Das muss man wirklich aktiv sich vor Augen halten, was man hätte sparen können und was man hätte stattdessen unternehmen können als Beispiel. Also, das ist der Wake-up-Call für alle Raucher. Wir sind ja jetzt Health- und Fitness-Podcast. Oh, warte mal. Was denn? Oh, schön gepups. Hört man deine Aufnahme? Du hast leider nicht gehört. So, lass dich dran. Dieser Furz war euer Wake-up-Call, jetzt zu sagen, ich rauche nicht mehr. Ich schwöre dem Nikotinteufel ab, ich hole mir jetzt eine neue Sucht ran. Nämlich die stabile Sprechstunde pumpen. Auch geil. Immer wenn ihr eigentlich rauchen wolltet, hört ihr jetzt eine Folge der stabilen Sprechstunde und sagt euch, nee, ich bin raus, ich rauche nie mehr, ich höre jetzt Tommy und Robby zu. Das ist meine neue Sucht. Die ist viel geiler. Und das gewöhnt ihr euch aber parallel dazu auch immer ein bisschen ab. Wenn wir aus Versehen mal wieder eine Pause machen, weil wir alt-dement sind und vergessen, dass wir einen Podcast haben. Oder zwei. Oder zwei. Okay. So, Küsschen aufs Nüsschen. Hör auf mit dem Snussen und pack dir stattdessen lieber einen Kaugummi rein, mal den Punkt auf die Hand und liked uns auf Spotify. Ja, geil. Okay. Wir haben ja gesagt, eigentlich wollen wir versuchen, kürzere Folgen machen. Sollen wir noch einen reinnehmen? Wir machen noch einen. Einen machen wir noch, ja. Okay. Das ist in Ordnung. Der Nächste, bitte. Hallo Tommy, Robby und natürlich Rüdi. Ich komme mit einer Frage eigentlich, doch ich würde auch gern diagnostiziert werden. Oha. Da setzen wir mal die Brillen auf jetzt. Ich habe darüber nachgedacht, nachdem mich meine Freunde darauf gebracht haben. Nämlich ging es um die Genderband-Version von mir. Meint meine weibliche Version. Zu dieser würde ich mich, wenn es sie geben würde, sexuell hingezogen fühlen. Nicht, dass ich mich jetzt schön finden würde oder so, aber meine weibliche Version ist da was anderes. Noch kleiner als ich, lange braune Haare, braune Augen, actually genau mein Typ. Nun habe ich, wie schon erwähnt, sexuelle Fantasien auf sie bezogen und habe Willi deswegen auch mit den Fumis belästigt. Und nein, Tommy, ich bin nicht aus dem Saarland und habe eine Zwillingsschwester. Also, ich würde mit der weiblichen Version von mir schon gerne schlafen, aber nur, wenn wir nicht verwandt wären. Findet ihr, das ist noch gesund und würdet ihr auch mal gerne euer weibliches Ich durchbuttern oder eher doch nicht? So lange Stille, Alter. Da sehe ich es ja im Kopf so vor den Augen hier diesen Thimbleweed vorbeiräumen wie in so einem Wild-West-Film. Also, es gibt ja, wie hieß das, Face-App oder so, wo man weibliche Versionen von sich erstellen lassen konnte? Ja, genau, Face-Swap, Face-App, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst. Das habe ich das letzte Mal, als ich bei Tim war, haben wir das von uns allen gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich musste sofort an Tim denken, der hat das halt auch gemacht. Für Tim damals habe ich dann so Arschbilder aufgenommen, wo man wirklich so seinen Arsch gesehen hat und wo er dann so rübergeguckt hat, damit er das auf Insta oder so posten konnte. Und da gab es halt auch weibliche Versionen von mir. Und ich weiß nicht, warum, aber ich sah aus wie so eine richtig strenge Lehrerin mit roten Haaren. Oh, geil. Aber die Frage ist jetzt, hättest du die durchgebucht haben? Vom Optischen? Ja. Also, das Optische ist mir natürlich egal, ich gehe nur nach Charakter, weil der Charakter ist das, was zählt. Aber ist ja eine geile alte Lehrerin. Eine geile alte Lehrerin, so 70 Jahre alt. Da, das ist ja genau mein Beuteschema. Wenn sie dann noch reich ist, oh Gott, weiß ich nicht. Also, rothaarige Frauen sind automatisch immer schon mindestens eine 8 von 10 für mich. Also, wenn die Person existieren würde, ich nicht vergeben wäre und wir uns kennenlernen würden und sie hat dann natürlich genau meine Eigenschaften, dann würde ich schon sagen, da kann man mal ein Käffchen zusammentrinken gehen. Aber ich glaube, ich käme mir sehr komisch vor, wenn ich mir jetzt ein Bild von mir selber per Face Swap als Frau sehen würde und mir dann denkt, boah, darauf butter ich mir jetzt ein. Ich glaube, ich, also spätestens, wenn du dann so dieser Moment der Klarheit nach dem Natten, so, ich glaube, spätestens dann würde dir so kommen, okay, du hast dir gerade auf ein Handybild von dir selber eingecoilt. Und das wäre der Moment, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt so eine Erinnerung, die will ich sehr gerne sehr schnell wieder vergessen. Also, ich weiß ihn nicht. Aber wenn der gute Mann sagt, ey, ich finde das geil, so die Vorstellung, ja, Alter, dann warum nicht? Das bist ja, da gibt es ja keinen Täter oder Opfer so, ne? Das bist ja im Endeffekt einfach nur du, so, dann. In weiblichkeit. Ja, hab Spaß dabei, mach doch einfach, es juckt ja keinen. So, ne, erzähl es halt nur nicht rum, weil es könnte weird kommen. Aber sonst, meine Güte. Und wie ist es bei dir, Robby? Ich könnte es halt auch nicht, also, ich könnte es nicht, wenn ich wüsste, das habe ich gerade, ne, aus meiner Fresse da irgendwie, habe ich was Weibliches kreiert und würde mir dann einen Jackson, das könnte ich nicht. Wenn es aber eine Person auf diesem Planeten geben würde, die würde aussehen wie ich, nur in weiblich und die sieht gut aus, Junge, dann, ja, was ist das für eine Frage? Natürlich, dann holst du mal den kleinen Pillemann raus und dann geht ab. So, die hat ja dann mit mir nichts zu tun, die sieht nur ähnlich aus wie ich, aber halt in weiblicher Form. Dann kann man sich doch doch mal einen anhobeln, das ist doch in Ordnung. So, hat ja dann nichts mit meiner Wenigkeit zu tun. Ja. Aber eben nicht dieses Swappen, so, das, also, finde ich weird, ist nicht in Ordnung. Also, finde ich, aber ist nicht schlimm, wenn er das macht, so, wenn er da Bock drauf hat und die das angeilt, dann soll er sich da seine Kuppe wegjuckeln. Das, keine Ahnung, er schadet damit keinem, weißt du, was ich meine? Ja, ne, das ist in Ordnung. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Mantra, was wir hier predigen oder was ich auch in Videos immer predige. So, ey, auch wenn ich über Sachen lache oder sag, ey, für mich ist das befremdlich. Solange es euch Spaß macht, solange es euch glücklich macht und es gibt niemanden, dem ihr damit schadet. Alter, da macht, worauf immer ihr Bock habt. Ist mir scheißegal. Da gibt's Typen da draußen, Junge, die schneiden ihren Teddybärenloch ins Arsch doch und ficken da rein. So, sollen die doch alle machen. Das ist mir doch relativ bumms. Der Teddy hat keine Gefühle, dem ist das egal. Lebt nicht. Solange du, wie gesagt, niemandem Schaden zufügst mit deiner Art und Weise, ist es doch scheißegal. Hast du mal in einen Teddybären reingefickt? Ne, hab ich nicht getan. Ich auch nicht. Ja, dann waren das ja schöne letzte Worte des Podcasts. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns weiterhin so treu supportet, auch wenn wir euch in letzter Zeit ein bisschen runtergelassen haben. Das tut uns im Herzen weh. Aber wir geloben Besserung. Genau. Von daher vielen Dank auch an alle Leute, die sich uns anvertrauen auf Telonym. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Schreibt uns gerne weiterhin Nachrichten. Links findet ihr wie immer überall irgendwie. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Wollen wir eigentlich das neue Jingle nehmen? Haben wir ein neues? Ja, ich hatte dir mal so ein Special Jingle gemacht. Ah, das weiß ich nicht mehr. Ich bin halt und vergesslich. Warte, das hören die nicht in der Aufnahme. Das können die Gott sei Dank nicht hören, aber ich kann es dem Discord hier einmal vorspielen. Das ist auf deinem Server. Ja, Sprechstunde heißt der Sound. Das können die Leute natürlich, wenn sie dem Discord joinen, sich auch anhören. Also wenn sie dann in einem Sprach-Channel verbunden sind, dann können die das Soundboard nutzen, was wir für die Leute auf dem Discord erstellt haben. Und da ist das hier dabei. Das kannst du für die Leute mal hier einfügen, damit die wissen, warum wir gerade lachen. Aber ich glaube, wir behalten unser Seriöses. Natürlich, natürlich, das Seriöse. Das war ja auch ein Spest. Aber es kam mir gerade nur, dass wir das ja mal irgendwann random gemacht haben. Als das Soundboard neu war, haben wir da ein bisschen rumgespielt. Alles entspannt. Ja, perfekt. Du bist so ein Arschloch, Alter. Okay. So, ihr wisst jetzt gar nicht, warum wir lachen. Ihr denkt jetzt, wir haben Psychosen. Spoiler haben wir nicht. Okay. Ja, bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Genießt die Sonne. Cremt euch ein. Trinkt fleißig viel Wasser. Und fickt bitte keine Tiere. Tiere. Ich wusste nicht, worauf ich gerade hinaus wollte. Deswegen allgemeiner Rat. Du wolltest sagen, dass die nicht sich... Egal. Alles gut. Wir sind dement und Mäntel gebrochen. Also alles entspannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.